jo was geht meine freunde ist selbe wieder am start heute mit gta5 online und zwar habe ich hier einen super netten glitch für euch befindet sich hier an der tankstelle zeige ich euch auch gleich auf der karte ihr braucht ein etwas höheres fahrzeug zum beispiel rusevelt und parkt hier so vor der türe ganz easy ganz gechillt wie ihr seht ihr seid ihr laden hier verlassen aber jetzt zeige ich euch mal erstmal auf der karte wo ihr die tankstelle findet genau hier sollte eigentlich jeder finden so da ist jetzt kino und ein begleitungsgeschäft in der nähe so dann klettert ihr einfach auf die motorhaube und in den wallbridge glitch hinein an der rechten seite dann lauft ihr ein kleines stück nach vorne und sagt seid ihr im laden drin ist doch ganz cool ihr könnt ihr durch die regale durchlaufen richtig chillig gucken mal ob man hier rausschießen kann nein hier kann man nicht rausschießen aber ich zeige euch gleich wo ihr rausschießen könnt da könnt ihr eigentlich recht chillig eure freunde verarschen weil man kann ja von außen hier reinschauen also da wo die türe zu dem laden ist genau da wo ich jetzt davor stehe dort könnt ihr dann ja ihr wisst schon drin stehen und eure freunde kommen dann her und denken wie sind der jetzt da reingekommen eigentlich recht cool oder so aber jetzt zeige ich euch auch schnell wo ihr rausschießen könnt und zwar geht einfach hier durch die wand und zack könnt ihr rausschießen ist doch nice war dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann wisst ihr bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder macht's gut haut rein hatte die ohren steif